Wir beginnen den zweiten Einsatz mit der Lutwaffe. Ich hoffe du denkst, dass die Steuerung des Bombers genauso gut wie die des Kampfflugzeuges ist. Führen Sie das Flugzeug jetzt sanft über ein Ziel und befehlen Sie der Mannschaft, die Bomben abzuwerfen. Und natürlich genießen Sie die Aussicht. Borde ab! Berlin gibt es keine Treibstoff mehr! Sperse Bomben ab! Hoho! Diese Treibstoffpanzer ist jetzt ein großer Feuerball! Für die gibt es keinen Treibstoff mehr! Das war's für die Eskorte! Sie sind ausgeschaltet! Die Treibstoffpanzer ist jetzt ein großer Feuerball! Auftragsentscheidendes Ziel! Alle Ziele erreicht! Dann war's für die самых gefeiert! Untertitelung. BR 2018